Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zum meinathlet Leichtathletik Podcast. Kein Leichtathletik Wettkampf läuft um Sie und deswegen wurde es einfach Zeit, dass ich auch endlich mal einen Kampfrichter vor das Mikrofon hole. Deshalb ist mein heutiger Gast Markus Schröder, er ist Kampfrichter aus Berlin. Wir haben uns unter anderem über spannende Entscheidungen von großen Leichtathletik-Events und natürlich über eure Fragen, die ihr mir über Instagram geschickt habt, unterhalten. Mein Athlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich Willkommen Markus. Hallo. Markus, meine erste Frage ist ja eigentlich immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ja, also ich bin eigentlich ein totales Fernsehkind gewesen, habe als Kind aber immer schon verschiedene Sport-Events mir angeschaut im Fernsehen und ja, 2003 habe ich so noch direkt vor Augen, wie Ingo Schulz gelaufen ist, die 400 Meter und Poschmann damals gesagt hat, Deutschland fehlt der Nachwuchs. Und so naiv, wie ich damals war und relativ sportlich in der Schule, habe ich mir gedacht, okay, naja, wäre schon geil, wenn man halt so der Nachwuchs sein könnte und habe mir dann praktisch einen Leichtathletik-Verein in meiner damaligen Umgebung gesucht und ja, habe dann selber den Weg dann praktisch schnell gefunden. Und dann direkt mit dem Plan, auf die 400 Meter zu gehen, oder? So lustig das jetzt wahrscheinlich auch für meinen allerersten Trainer klingen wird, ich wollte eigentlich immer Richtung Hochsprung gehen. Das stellt sich aber schnell heraus, dass ich dafür absolut kein Talent hatte. Und ja, im Endeffekt dann über den Block, die Blockwettkämpfe Sprung, bin ich dann bei der Langhürde gelandet. Okay, also 400 Meter Höhen bist du dann tatsächlich dann, oder hast du dann tatsächlich trainiert. Genau. Dann, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Olympischen Spiele jetzt in Tokio für dich wahrscheinlich das eine oder andere Highlight parat hatten. Das auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall sehr schön zu sehen in den Rennen. Ja, ja, definitiv. Aber wir sprechen ja heute miteinander, weil du mittlerweile als Kampfrichter aktiv bist. Und da wäre meine Frage, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich dann irgendwann dazu entschieden hast, ja, ich werde jetzt Kampfrichter? Also es war keine proaktive Entscheidung von mir, sondern ich war 2006 als Helfer von meiner damaligen Sportschule beim Bundesfinale im Einsatz. Und mein damaliger Trainer war gleichzeitig schon im Kampfrichterwesen in Berlin eine angesehene Person und hat mich dann praktisch mal so in diese Helferrollen reingeschoben, die man dann, also die ein bisschen mehr Verantwortung hatten. Also nicht nur das bloße Haken, sondern ich sollte dann beispielsweise den Nullpunkt machen oder den durchziehen, das Maßband durchziehen. Und habe dabei dann anscheinend auch noch so blöde Fragen gestellt, dass dann die dortigen Kampfrichter der Meinung waren, Mensch, der interessiert sich dafür, den sollten wir dabei behalten. Und dazu kam, dass ich gerade so natürlich, gerade bei den Kurzsprung-Disziplinen, die man ja dann immer mal wieder trotzdem macht, also in Unterdistanzen, mich sehr gerne über die Starter aufgeregt habe, weil die dann entweder zu lange gewartet haben oder viel zu schnell geschossen haben. Und ja, im Großen und Ganzen habe ich mich dann im Herbst 2006 im Kampfrichter-Grundlehrgang hier in Berlin wiedergefunden. Und ja, es führte dann zu einem sehr spannenden Weg, glaube ich. Ja, du hast angesprochen, du selbst hast dich oder hast als Kurzsprinter oder als Sprinter dann die Starter auch oder die Kampfrichter in so verschiedene Kategorien einsortiert. Derjenige schießt schneller, bei dem muss man ein bisschen länger warten. Ging mir als Kurzsprinter tatsächlich auch so, dass man wusste, okay, heute ist derjenige oder diejenige die Starterin. Da wartet man vielleicht mal doch noch ein bisschen länger am Startblock. Ja, also es gibt schon Starter, wo man halt weiß, okay, der schießt dann schon schnell, dann riskiert man dann auch dementsprechend ja beim Start. Oder kann den mal wirklich ausprobieren, wenn es jetzt kein ganz wichtiger Wettkampf ist. Aber es gab natürlich schon Starter, die auch überhaupt keinen Rhythmus drin haben. Was dazu führt, also welche Gründe das hat, da können wir glaube ich später nochmal drauf eingehen, weil nicht jeder Start ist gleich. Manche Starter sind schwer zu lesen, sagen wir es mal so. Also man kann sich ja trotzdem, man stellt sich ja immer so ganz gerne beim ersten Start beim Wettbewerb ja mit hin und probiert ja so als Athlet so ein Feeling zu kriegen, wie der Startrhythmus ist. Also nicht, dass man jetzt anfängt zu zählen, das sollte man nie machen als Athlet, aber einfach so ein Feeling zu entwickeln. Und ja, war dann bei mir nicht anders und dementsprechend habe ich mich da ganz gerne drüber aufgeregt. Aber wie läuft denn dann tatsächlich die Ausbildung dazu ab? In Berlin ist es ein Wochenendlehrgang, dass man dann praktisch da so einen Theoriekurs besucht und dann hinten raus eine schriftliche Prüfung ablegt. Und da muss man halt eine bestimmte Punktzahl erreichen. Da geht es erstmal grundlegend um die Grundregeln der Leichtathletik. Also jetzt nicht um spezielle Fallbeispiele, sondern wirklich in Anführungszeichen die klassklaren Schwarz- und Weiß-Dinge. Also angefangen natürlich von, wie breit ist eine Bahn in der Regel, wie ist der generelle Startablauf, was führt zu einem gültigen Versuch in der Technik, was sind ungültige Versuche, die in der Regel aber immer schon häufig auftreten. Besondere Fallbeispiele kommen dann in späteren Lehrgängen ran, Fortbildung. Aber in der Grundausbildung geht es vorrangig um diese Themen. Also die Sicherheitsaspekte werden da immer wichtiger, gerade jetzt auch in den Wurfdisziplinen, wenn man jetzt mit Hinblick zu Winterwurf-Wettkämpfen fährt, dass das ja eine ganz andere Gefährdung dann dabei entstehen können als bei Sommerwettkämpfen. Wenn du jetzt so nach deiner Ausbildung zum Kampfrichter, was waren denn so in den vergangenen Jahren die größten Wettkämpfe, bei denen du mitarbeitet hast? Das ging relativ schnell los, also es ist auch in Berlin vergleichsweise einfach, weil natürlich wir jetzt nicht in diesen Kreisen aufgeteilt sind, sondern wir sind halt als Landesverband, sind wir hier ja eigentlich bei jedem Wettkampf mit dabei und ich kann mich daran erinnern, dass es dann auch im Jahr 2007 dann direkt beim Isdorf losging, was für mich als Berliner natürlich immer ein Highlight war und da auch dann direkt als Obmann einen Hohsprung, also auch da wurde ich so ein bisschen, nenne ich ins kalte Wasser geworfen, weil ich hatte natürlich schon vorher Obmann-Einsätze, aber es war eigentlich nicht geplant. Also ich sollte eigentlich wohl nur Lattenaufleger sein und der eigentlich geplante Obmann ist dann aber ausgefallen und anscheinend habe ich es vorher so gut gemacht und so souverän, dass man das dann einfach da ausprobiert hat und ich hatte zum Glück aber auch einen sehr erfahrenen Schiedsrichter an meiner Seite, der mich so ein bisschen auch geführt hat, sodass ich halt da den Wettkampf, ja, also dass mir da kein Fehler passieren konnte und hoffentlich auch nicht ist im Nachgang. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da als Kampfrichter so ein bisschen Wettkampf-Feeling hat, wenn man beim Isdorf, wie viele Zuschauer sind da dabei, 30.000, 40.000 und natürlich auch ein hochklassiges Feld, dass da der Ruhepuls dann doch schon ein bisschen höher ist als bei kleineren Wettkämpfen. Definitiv. Also natürlich für mich als Berliner ist es eh immer ein Highlight in diesem Stadion zu sein. Das hat einfach eine besondere Magie. Ich denke, du kennst es selber, wenn du da immer wieder mal drin bist. Aber wenn man halt durchs Marathon-Tor einläuft als Kampfgericht und dann sieht man halt dieses weite Rund mit den Zuschauern gefüllt, das kann auch sehr erdrückend wirken im ersten Moment. Und vor allen Dingen, wenn dann die Zuschauer das erste Mal auch wirklich aktiv werden. Also meistens, die Kampfrichter sind ja in der Regel ja vorher an der Anlage. Das heißt, die werden noch nicht so bejubelt. Man kann sich in Ruhe vorbereiten, aber wenn dann natürlich die Athleten reinkommen oder Athleten vorgestellt werden und dann dieser Raw-Moment entsteht, das ist schon ein sehr geiles Gefühl, aber es kann auch sehr belastend werden. Belastend, weil man ja auch weiß, dass eine gewisse Verantwortung da auf den eigenen Schultern liegen. Klar, man ist ja als Kampfrichter dafür da, dass die Regeln für alle gleich sind und soll einfach nur seinen Job machen. Also man steht nicht im Mittelpunkt, man ist für die Athleten da und es geht halt nicht um einen selbst. Aber man weiß natürlich auch, dass ein Fehler, den man halt fabriziert, Auswirkungen haben kann. Und damit muss man halt dann schon umgehen können. Ja, weil ich denke da gerade, ich glaube, das war in London 2012, Betty Heidler, als ein Wurf, glaube ich, nicht ganz korrekt ausgemessen wurde oder als ungültig gewertet wurde. Ich weiß, das kriegst du jetzt nicht mehr ganz zusammen. Falscher Messwert war es. Falscher Messwert und das Ganze ja dann über Kamera nach, also Fotos und ich glaube Videoaufzeichnungen dann doch noch korrigiert wurde. Und ich glaube, gerade bei solchen Wettkämpfen, wenn es dann um sowas geht, da kann ich mir gut vorstellen, dass man als Kampfrichterin oder Kampfrichter da möglichst keinen Fehler machen möchte. Ja, also gerade natürlich überall, wo immer mehr Technik ins Spiel kommt, wird es natürlich auch fehleranfälliger. Und man muss halt alles nochmal doppelt und dreifach kontrollieren im Vorfeld und im Nachgang. Gerade, ich glaube, das war ja eine optische Weitenwurfmessung, also mit einem, also so wie auch die Straßenvermessungen gemacht werden. Ja. Da kommen wir jetzt gerade nicht drauf. Aber der Wert war wohl im System, bei dem Messer drin, aber ist halt falsch ans Protokoll übermittelt worden. Irgendwie so. Da habe ich es, glaube ich, in Erinnerung. Und da muss man halt schon sagen, okay, die Technik erleichtert einen auch alles, aber manchmal hilft auch das gute alte Maßband, wo man das halt direkt vor Augen hat, auch die Weite. Und natürlich ein sehr gut geführtes Protokoll. Also denn vom Protokollführer, beziehungsweise vom Schiedsrichter, der in der Regel ja auch das Protokoll nochmal mitführen soll. Und wie läuft das dann in solchen Situationen ab? Wir haben jetzt hier über die Geschichte mit Betty Heidler gesprochen, aber es gab ja jetzt auch gerade bei den letzten Olympischen Spielen die eine oder andere Entscheidung, wo das Kampfgericht gefragt war. Zum Beispiel die Mixt 4x400 mit den Amerikanern oder auch das Hochsprungfinale der Männer war ja auch so ein Punkt, wie man hat ja dann in so Wettkampfsituationen auch nicht viel Zeit, um das Ganze dann auszudiskutieren. Meistens muss ja das dann doch sehr, sehr schnell gehen. Gibt es dann im Prinzip einen am Ende, der den Hut auf hat? Oder ist es irgendwie eine demokratische Entscheidung? Wie kann man sich das vorstellen? Nein, also in der Regel bei technischen Disziplinen wird ja die erste Entscheidung immer vom Obmann gefällt. Der entscheidet hier über die Gültigkeit oder Nichtgültigkeit eines Versuches. Diese Entscheidung kann oder sollte dann auch natürlich im Fehlerfall vom Schiedsrichter korrigiert werden. Also die Leichtathletik ist da sehr hierarchisch aufgestellt mit ganz klaren Funktionen, die jede einzelne Person da einnehmen soll. Im Lauf ist es aber noch schwieriger, weil anders als bei einem technischen Wettbewerb, wo man halt auch mal ein bisschen die Zeit zwischen den Versuchen noch nutzen kann, um dann vielleicht schon einen Fehler zu finden und schnell zu korrigieren, ist es nun mal so, im Lauf, wenn der passiert ist und der Bahnrichter hebt die Fahne, weil er sieht ein Bahnvergehen, also jemand ist auf die Linie getreten oder zieht sein Nachziehbein unter der Hürdenniveau durch, dann ist es erstmal eine Entscheidung. Die trägt er weiter und die wird dann vom Schiedsrichter gefällt. Und dagegen kann ein Einspruch oder ein Protest eingelegt werden und dieser wird dann halt entsprechend vor, also wenn der Schiedsrichter den ablehnt, geht es halt vor die Jury of Appeal. Und im Fall jetzt der 4x4 wird halt erstmal eine Entscheidung getroffen. Die Athletin ist zwar in der Wechselzone losgelaufen, aber halt am falschen Ende und hat dadurch den Staffelstab außerhalb der Wechselzone bekommen. ist dann erstmal, also aus unserer Sicht erstmal als außenstehender Fehler des Athleten. Aber wenn es natürlich dazu geführt hat, dass die Athletin falsch hingestellt worden ist durch den Kampfrichter, dann ist es, dann zählt die Fehlerkette. Das heißt, wenn ich als Athleten Fehler nicht direkt verursacht habe, sondern ich wurde zu einem Fehler gedrängt aufgrund einer falschen Info von einem Offiziellen, dann kann ich dafür als Athlet nicht belangt werden. Das ist eigentlich ganz interessant, weil, ich sag mal, sowas passiert bei Olympischen Spielen und sowas passiert mit Sicherheit auch mal bei Jugendmeisterschaften oder bei Vereinssportfesten und ich glaube, wenn man das so als Athletin oder als Athlet im Hinterkopf hat, ist es nicht verkehrt. Genau, also ich kann generell eigentlich nur jedem Athleten oder jeder Athletin empfehlen, eine Kampfrichtergrundausbildung zu machen, weil es schadet nie, Regelwissen über die eigenen Sport da zu haben, auch wenn ich halt permanent nur Hochsprung mache, aber auch da ist es immer gut zu wissen, was passiert, wenn, weil auch ein Kampfgericht kann Fehler machen und ich kann als Athlet ja auch das Kampfgericht darauf hinweisen in dem Moment und die Kampfrichter sind halt natürlich auch nur Menschen und jeder Mensch macht einen Fehler, darf nicht passieren, gerade je höherwertiger der Wettkampf ist, verlangt es natürlich auch jeder von der Person, die da im Einsatz ist, aber überall, wo der Faktor Mensch oder überhaupt Faktoren zum Einsatz kommen, auch Technik, können halt einfach Fehler passieren und das ist, so lange man die halt korrigieren kann, ist jeder Hinweis dazu auch hilfreich. Was würdest du denn sagen, war bisher bei dir einer der, ja vielleicht ein ganz besonderer Moment in deiner bisherigen Karriere als Kampfrichter? Das war definitiv 2009 die Weltmeisterschaft hier in Berlin, da war ich im Core Room im Einsatz und ja, das 100 Meter Finale. Also ich hatte das Glück, dass ich zu dem Team gehört habe, was das 100 Meter Finale betreuen durfte und das war schon ganz besonders, wie die Jamaikaner, wie locker die da waren, während alle anderen wirklich wie versteinert da saßen und bloß nichts sagen wollten und sich auf sich konzentriert haben, haben die Jamaikaner im Core Room getanzt und blöde Sprüche abgelassen. Die waren sich ihrer Sache natürlich auch irgendwo vielleicht auch sicher, aber es war auch interessant zu sehen, wie reagieren die anderen Athleten darauf und diesen Moment miterlebt zu haben, das war schon ganz speziell oder ein paar Tage später, weiß ich noch, beim zweiten Tag der Zehnkämpfer, da hatte mich Pascal Bärenbruch gefragt, ja wie schwer ich denn wäre. Da zum Zeitpunkt habe ich halt 68 Kilo gewogen und meinte er, ja perfekt, dann geh mal bitte auf meine Schultern und hat da vorm Hirnlauf noch Kniebeuge mit mir gemacht. Also das sind so kleine Momente, die halt diese WM für mich damals als 19-Jährigen auch sehr besonders gemacht haben. Ich muss auch sagen, das kann ich mir bei Pascal sehr, sehr gut vorstellen. Ist ja auch für die Eintracht gestartet und das passt perfekt. Ich habe hier gerade auf meinem Computer, deswegen schiele ich so ein bisschen zur Seite, Wikipedia auf und schaue gerade auf das Finale 2009 in Berlin. Also Usain Bolt war natürlich mit dabei, Tyson Gay, Asafa Paul, Daniel Bailey, Richard Thompson, Dwayne Chambers, Mark Burns, Davis Patton aus den USA noch und Asafa Paul und Usain Bolt waren damals so die entspanntesten, würdest du sagen, im Callroom. Definitiv, definitiv. Also ich hatte Dwayne Chambers zu kontrollieren und im Endeffekt, der war wirklich total ruhig und hat nur irgend so einen toten Punkt im Callroom gesucht. Also der hat mich noch nicht mal angeguckt in dem Moment. Und Asafa und Usain, die haben sich halt so lautheitsunterhalten, also das war schon echt krass laut. Das kann ich so im Nachgang gar nicht mehr so detailliert beschreiben, aber das ist einfach so ein Moment, der für immer sich eingebrannt hat. Und, aber unterscheidet sich das dann groß von einem Callroom, sage ich jetzt mal, bei deutschen Meisterschaften? Weil da, also meistens ist es ja dann so, es ist wahrscheinlich eher so ein, weiß ich nicht, ein Zelt oder ein Raum in der Nähe vom Stadioneingang. Alle sitzen dicht an dicht. Und ist es da, ist es bei, vor einem WM-Finale tatsächlich dann auch so? Definitiv. Also klar, jeder Callroom unterscheidet sich ja auch von den, von den örtlichen Gegebenheiten. In Berlin war es halt so, dass im Bereich des Marathon-Tors oder im Marathon-Tor unter der Tribüne, wo eigentlich die kleinen Busse parken sollen, waren mobile Stellwände aufgestellt, also Messewände. Und da hat man dann praktisch vier kleine Räume gemacht. Analog haben wir es auch 2018 dann hier wieder durchgeführt. Und wir haben dann, also die Stühle waren schon so verteilt, dass jetzt nicht jeder Athlet wie bei deutschen Meisterschaften oder Jugendmeisterschaften, genau, so auf einer Bierzelt-Garnitur sitzen. Das waren dann schon, waren schon richtige Stühle, dass man auch genug Platz hatte. Auch eine schöne Callroom-Geschichte ist von 2009, wie ich von Ariane Friedrich ihre Tasche kontrollieren durfte, weil sie dann ihre ganzen Kosmetikartikel auspacken musste und wir dann da diskutiert haben, was muss jetzt abgeklebt werden? Wegen Werbung und was nicht? Die DFA-Athleten hatten damals halt so einen riesen Nike-Handtuch und da war das Nike-Logo so groß, dass wir dann immer die Handtücher abgeklebt haben. Also eigentlich brauchtest du gar kein Handtuch mehr, weil eigentlich war das ganze Ding nur noch ein einziges Panzertape. Und ja, aber ihre Kontrolle war glaube ich die, die am längsten gedauert hat damals. Aber was würdest du denn sagen, ist so das häufigste Missverständnis, mit dem du als Kampfrichter am häufigsten konfrontiert wirst? Also ich glaube, ein Klassiker, den jeder Kampfrichter kennt, ist eine Situation im Hohsprung. Und zwar, wenn die Latte noch wackelt, nachdem der Athlet die überquert hat und die Trainer von draußen einrufen, bloß schnell runter von der Matte, schnell runter von der Matte. Das hat gar keine Auswirkung. Ich weiß nicht, woher es kommt, wie sich das so eingeschlichen hat, aber um das jetzt hier für ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, nur weil der Athlet die Matte verlässt, heißt das noch nicht, dass der Versuch in dem Moment abgeschlossen ist. Also der Obmann ist, also das ist derjenige, der die Fahnen hebt, der ist derjenige, der entscheidet, wann ein Versuch gültig erklärt oder für nicht gültig erklärt wird. Und solange die Latte wackelt und ob man sich nicht sicher ist, dass sie noch aufgrund dieser Lattenbewegung, Schwingbewegung fallen kann, gibt er den Versuch auch noch nicht gültig. Also weil, wenn ich die Latte streife und aufgrund dieser Streifbewegung die Latte halt noch so in Bewegung ist, dass sie noch fallen könnte, muss der Obmann auch so lange warten. Es geht nicht darum, dass man da mit dem Athleten was Böses machen möchte oder antun möchte, aber so ist es halt leider festgeschrieben. Das ist so ein Punkt, der immer wieder auftaucht. Ja, oder gerade beim 100 Meter Start oder generell beim Start vom Sprint, wann denn jetzt überhaupt ein Fehlstart jetzt war. Also ist ein Zucker, ist das jetzt schon ein Fehlstart oder nicht? Das sind so die Klassiker, wo man auch ganz gerne dann nochmal mit dem einen oder anderen Athleten oder Trainer auch Diskussionen führen muss. Wie ist es denn da tatsächlich? Also wenn man sitzt im Block, zuckt tatsächlich nur so leicht, aber drückt sich nicht ab, ist es dann tatsächlich schon ein Fehlstart oder gibt es dann quasi die gelbe Karte? Also es ist kein Fehlstart, wenn man nur zuckt, solange sich keine Extremität vom Kontaktpunkt löst. Das ist jetzt sehr, sehr technisch gesprochen wieder. Also sprich, wenn sich keine Hand vom Boden oder von der Position weg bewegt und kein Fuß. Solange ich diesen Bodenkontakt oder den Kontakt nicht verliere und wieder praktisch zurück in meine Position gehe, ist es kein Fehlstart. Wird der Start trotzdem zurückgeschossen? Es steht zwar in der Regel geschrieben, okay, es ist derjenige zu disqualifizieren, der für den Startabbruch sorgte. Aber auch da muss man dann halt als Starter-Team entscheiden, dass es halt, also er hat sich ja in dem Moment selber benachteiligt, derjenige, der zuckt. Und dementsprechend sieht man da ganz häufig, dass dann doch die gelbe Karte gezogen wird und dann kein Athlet rausgenommen wird. Das wird natürlich umso schwieriger, sobald ein Startablauf-Informationssystem im Einsatz ist oder früher auch Fehlstartkontrolle genannt. Das würde jetzt aber auch wieder ein bisschen zu detailliert werden. Also da empfehle ich jedem, einen Starter-Lehrgang zu machen. Ich glaube, zwei Sachen, die auch öfter mal angesprochen werden, sind beim 100-Meter-Sprint, wenn man auf der Geraden seine Bahn verlässt, was ja auch mal passieren kann, und dass man in der Kurve die Bahn nicht innen verlässt, sondern außen. Also wenn ich innen auf die Linie trete, ist es ja klar, aber wenn ich einen größeren Kurvenradius in Kauf nehme, wie sieht es denn bei diesen beiden Punkten aus? Das erste Beispiel, 100-Meter-Sprint-Gerade, fällt mir immer Michael Pohl ein. Liebe Grüße an ihn. Aber er ist ja nun wirklich dafür bekannt, dass er dann doch mal halb auf der Nebenbahn ins Ziel kommt. In der Tat ist es da so, wenn ich halt auf der Sprintgeraden die Bahn verlasse, ist es erstmal kein Disqualifikationsgrund, solange ich dabei kein behinder. Ist natürlich beim 100-Meter-Lauf eher gegeben, weil man da ja ein engeres Feld erwartet. Also da kann es dann schon sein, dass wenn ich jetzt auf die Nebenbahn komme und aufgrund ja natürlich dann schwingender Arme, ich den anderen am Fortlaufen hindere, also hindern heißt jetzt nicht, dass ich jetzt stehen bleiben muss, aber ich auf jeden Fall meine eigene Technik dann nicht mehr so zur Geltung bringen kann und dementsprechend nicht schnell laufen kann. Ja, dann ist natürlich der Verursacher zu disqualifizieren. Das war glaube ich auch 2009 hier in Berlin eine riesenlange Diskussion beim 100-Meter-Finale, also bei den deutschen Meisterschaften, wo es glaube ich Michi auch passiert ist. Trotzdem ist es halt nicht automatisch ein Disqualifikationsgrund. In der Kurve ist es ein bisschen anders. Generell heißt es vom Regelwerk, die innere Linie gehört nicht zu meiner Laufbahn. Ist logisch zu erklären, weil ich kann ja auch nicht auf Bahn 1 die Bahnkante betreten. Dementsprechend hat man halt immer gesagt, die Trennungslinie gehört immer von der Außenseite zu meiner Bahn, die kann ich betreten, ohne dass jetzt erstmal irgendwas passiert. Wenn es jetzt so wie in deinem Beispiel geschildert ist, ich gerade bei 400 Hürden, weil man dann halt vielleicht vom Abstand nicht ganz so hinkommt, sieht man schon manchmal ja Athleten ein bisschen weiter ausholen oder leicht ausholen und dann würden sie diese Linie betreten oder auch übertreten meinetwegen nach der Hürde. Und das ist halt in dem Moment auch erstmal kein Disqualifikationsgrund, weil nach außen hin kann ich so viel machen, wie ich will. Nur sobald ich halt jemanden behinder, also im Weg stehe, dann ist es natürlich schon ein Disqualifikationsgrund. Aber jetzt um ganz plakativ ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt ein 400 Meter Läufer auf Bahn 1 startet und die erste Kurve bis auf Bahn 8 rausläuft und dann wieder auf Bahn 1 ins Ziel kommt, dann ist es halt sein Problem, weil er ist erstmal mehr gelaufen. Ja, sind dann wahrscheinlich eher so 440 Meter oder irgend sowas in der Richtung. Ja. Dann hatte ich ja jetzt schon einige Fragen zu den verschiedensten Entscheidungen, die man eventuell treffen muss. Ich habe aber heute auch bei Instagram dazu aufgerufen, mir Fragen zuzuschicken und da kamen auch ein paar zusammen. Da würde ich vorschlagen, da gehen wir jetzt drauf ein. Fangen wir an mit einer ersten Frage, auch zum Sprint, zum Staffelwechsel. Also hier fragt RBG, wie sind die genauen Regeln beim Staffelwechsel in den neuen Zonen? Ja, es gab vor drei oder vier Jahren, jetzt nicht auf die Jahreszahl festlegen bitte, gab es eine Veränderung in den Wechselzonen. Und zwar beim 4x100 Meter Lauf war es ja vorher so, dass man eine 20 Meter Wechselzone hatte plus 10 Meter Anlauf, das ist den klassischen Vorwechselraum, das war so eine kleine rote Markierung. Dieser Vorwechselraum ist jetzt weggefallen und dafür wurde aber die Wechselzone verlängert. Das heißt, man hat jetzt sogar mehr Platz eigentlich, um den Wechsel durchzuführen, aber der Anlauf ist halt, zählt jetzt halt praktisch oder muss halt in der Wechselzone passieren. Also man startet jetzt in der Wechselzone und in der Wechselzone muss man auch den Staffelstab übernommen bzw. übergeben haben. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, es zählt halt die Übergabe. Also gerade so bei knappen Entscheidungen, wenn man sagt, der Wechsel ist überlaufen, es ist dann in dem Moment echt immer entscheidend, wo der Wechsel, also wo die Übergabe abgeschlossen wurde. Deswegen sieht man auch ganz häufig bei größeren Veranstaltungen die Trainer immer mit einer Kamera in den neuralgischen Punkten, also in der Wechselzone stehen, weil sie halt diesen Fall absichern wollen. Ja, eine Frage von Krassolf, Fehlstartregel in der Jugend. Gibt es da Unterschiede zu den Aktiven? Nein, also es ist mir jetzt gerade nicht bekannt, dass es jetzt irgendwie da nochmal eine Regeländerung gab. Die ist jetzt seit Jahren gleich, dass halt der erste Fehlstart zur Disqualifikation führt. Ausnahme ist natürlich der Mehrkampf. Da ist, auch da gab es eine Regelverschärfung damals im Zuge der Anpassung jetzt für den Einzelwettbewerb, aber für die Jugend selber gibt es da keine Regelanpassung mehr. Also es ist halt wirklich leider die knallharte Regelung. Das heißt, wer jetzt gerade aus der Kinderleichtathletik kommt, der wird halt sofort mit der harten Fehlstartregel konfrontiert. Athletic DK Travel hat uns gefragt, also ich habe gesehen, dass eine Kugelstoßerin die Kugel nochmals angelegt hat und dann aufhob, schon in der Startposition am hinteren Teil des Ringes. Außerdem neigt eine deutsche Kugelstoßerin dazu, bei Beginn des Stoßes mit der Hand den Boden zu berühren als Startbewegung. Bedeutet das schon einen ungültigen Versuch? Erstmal, der Versuch muss aus einer ruhigen Position erfolgen. Also das heißt, es muss eine Art Ruhemoment geben, wo ich als Athlet im Ring stehe und dann halt, ja, dann mit der Drehbewegung oder mit der Gleitbewegung anfange. In dem Fall ist es halt wirklich so, wenn ich jetzt beim Angleiten mich nochmal vorbeuge, also diese Standwagenposition, jetzt übertrieben gesagt, ist ja gehockt, und da dabei dann den Boden berühre. Und damit aber jetzt erstmal nur mich kurz stabilisiere, dann die Hand wegnehme und dann angleite. Es ist für mich jetzt irrelevant, weil der Versuch in dem Moment nicht außerhalb des Rings begonnen wurde. Anders wäre es jetzt, wenn der Athlet oder die Athletin sich vorbeugt, antippt und direkt losgeht oder losgleitet. Weil dann ist es halt keine, also dann habe ich ja auch keinen Anhaltspunkt zu sagen, okay, da war jetzt eine Ruheposition, sondern ich habe ja dann schon den möglichen Beschleunigungsweg verlängert. Und dementsprechend, ja, muss halt der Obmann dann dementsprechend das gut beobachten. Dann eine weitere Frage, da sind wir schon so ein bisschen eben drauf eingegangen, von 82 Colorful, Einschätzung zu den USA bei den 4x400 Metern mixt in Tokio. Haben wir ja, glaube ich, vorhin schon im Prinzip alles zugesagt. Ja, also eine Einschätzung ist halt, also an sich der Regelverstoß ist klar, wenn es halt wirklich so war, dass halt ein Kampfrichter oder eine Kampfrichterin da den Fehler gemacht hat und die Athletin falsch positioniert hat, dann ist es halt klar, in dem Moment nicht der Athlet zu belangen, es ist trotzdem natürlich schon, jetzt spreche ich mal als Athlet und nicht als Kampfrichter, es ist schon sehr komisch, dass sieben andere Athleten im gleichen Lauf in derselben Position das hinbekommen und ich in dem Moment nicht. Und da, klar, eine gewisse Aufregung gehört auch bei jedem Athleten dazu und das ist immer, das ist halt so ein Fingerspitzengefühl, was man dann auch als jeweiliger Entscheider entwickeln muss. Aber, klar, es ist schon, ich glaube, man hat da ja eine sehr harmonische Lösung dann auch für die deutsche Staffel gefunden mit der 9. Startposition und ja, dementsprechend muss man jetzt die Entscheidung so hinnehmen. Aber es ist schon was, wo man auch mal ein bisschen drüber diskutieren kann. Gab es ja auch eine andere Diskussion? Genau, es gibt immer genug Entscheidungen, gerade bei je größer der Wettkampf ist, muss man halt auch leider sagen, wo es schon so Entscheidungen oder Momente gibt, wo man drüber diskutieren muss und kann oder kann und muss, eher in der Reihenfolge. Aber es bleibt halt nicht aus. Es ist halt nun mal, je größer der Wettkampf ist, umso mehr Kameras sind auf diese Momente auch gerichtet. Aber die hat man auch in dem Moment nicht als Kampfrichter. Also dementsprechend ist es für uns als Zuschauer sehr schön, weil man dann ähnlich wie beim Fußball diese Stammtischdiskussion führen kann. Aber für den Kampfrichter selber ist es natürlich auch sehr unangenehm. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass es dann das eine oder andere Mal doch ein bisschen stressig wird. Ja, definitiv. Dann fragt Dani oder schreibt, am Startblock wurde mir verboten, meinen Zopf nachzuziehen. Ist es erlaubt oder nicht? Also wenn der Starter schon auf die Plätze sagt, dann ist in dem Moment technisch gesehen, also regeltechnisch gesehen, der Startvorgang am Ablaufen. Und das heißt, dann soll ich mich halt nur um den Start kümmern. Das heißt, ich kann zwar noch irgendwie mich kurz dehnen, also nicht jetzt ein ausführliches Dehnungsprogramm, aber man sieht es ja oft, wie einige sich doch nochmal kurz vorbeugen oder nochmal einen kleinen Spannungsaufbau machen. Aber man muss eigentlich unverzüglich in den Block gehen und auch dann bereit sein, dass es dann fertig kommt. Wenn ich aber im Startblock noch sitze und dann mir noch die Haare richten muss und wir reden jetzt hier nicht nur kurz vom Zopf mal kurz über die Schulter legen, was gerne gemacht wird oder praktisch aus dem Gesicht nehmen, nur zur Seite, dann würde man den Start abbrechen. Dann kann die Athletin sich den Zopf richten, aber es heißt jetzt nicht, dass ich mir dann noch den Zopf in dem Moment flechten kann. Wir haben ja am Anfang schon ein bisschen so darüber gesprochen, dass es verschiedene Typen von Startern gibt im Sprintbereich. Der eine schießt schnell, der andere lässt sich relativ viel Zeit oder es gibt auch welche, die kann man ganz schwer einschätzen. Als Sprinter kriegt man das natürlich auch mit, dass es da bei den Sportlerinnen und Sportlern die verschiedensten Typen gibt. Also manche gehen sofort in den Block und sind nach zwei Sekunden bereit für das Startkommando und andere, die sind dann noch eine gefühlte Ewigkeit, stehen die hinter dem Block oder bereiten sich dann noch im Block, ja, unendlich lange auf den Startschuss vor. Kategorisiert man da so auch so ein Stück weit die Sportlerinnen und Sportler ein? Also ich sage mal, bist ja mit Sicherheit auch schon häufiger auf bestimmte Athletinnen und Athleten getroffen, dass du dann schon weißt, okay, wenn sie jetzt da in den Startblock geht, dann dauert es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen länger als bei bei derjenigen oder bei einer anderen. Also ja, definitiv. Fangen wir einmal so an. Je höher klassischer der Wettkampf ist, umso länger dauert der Startablauf. So kann man eigentlich schon mal immer das schon mal kategorisieren. Das heißt, man sieht es ja, je wichtiger der Wettkampf ist, umso mehr lassen sich die Athleten auch Zeit. Warum auch immer. Kannst du dir sagen. Also mir ging es so, ich hatte keinen Bock, ewig im Startblock zu sitzen und auf die anderen zu warten. Also wenn man, ich fand das immer unglaublich nervenzehrend, wenn ich da drin saß und dann noch irgendwie mitbekommen habe, dass ja, keine Ahnung, irgendwelche Spirenzchen oder Spielchen da gemacht wurden. Man ist eigentlich hochkonzentriert und deswegen glaube ich, zögern das dann viele immer noch ein bisschen mehr raus, weil sie nicht derjenige sein wollen oder diejenige, die da am längsten im Startblock auf den Schuss wartet. Kann ich nachvollziehen. Ist aber schon anstrengend. Man weiß aber auch, dass der ein oder andere Athlet natürlich auch von Natur aus ein bisschen langsamer ist oder ruhiger ist. Hier in Berlin ein guter Freund, George Petzold, war so einer, der halt ja wirklich sehr langsam beim Kommando fertig mit seinem Hintern hochgekommen ist. Also der ist halt nicht ruckartig hoch, obwohl in der Regel auch steht, man muss unverzüglich die finale Startposition einnehmen. Allerdings kann ich jetzt auch nicht sagen, wenn er noch in einer fließenden Bewegung ist, er soll jetzt mal sich beeilen. Also macht man ja auch in der Regel nicht. Und er hat halt das aber auch für sich gebraucht, weil er so nur die Spannung aufrechterhalten konnte im Block. Also er hat halt immer klar gesagt, wenn ich ruckartig hochgehe, habe ich dann nicht mehr diesen Punkt oder Spannungspunkt in meinem Bein, wo ich optimal aus dem Block komme. Und dementsprechend hat er lieber langsam sich in die Fertigposition bewegt, aber konnte nur so die Spannung halten. Aber darauf kann man sich dann auch schon als Starter einstellen, wenn man halt die Athleten kennt. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein bisher größter Wettkampf jetzt aus Wettkampfrichtersicht? Ich glaube, da bist du vorhin schon so ein Stück weit drauf eingegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Berlin 2009 war. Genau, also es gibt glaube ich so drei Wettkämpfe, die ich so kategorisieren würde. Also es gibt einmal als Athlet selber die deutschen Meisterschaften 2008 in Nürnberg, wo ich mit der 4x4 gelaufen bin, also als Jugendstaffel. Das war natürlich ein Riesenerlebnis, war auch gleichzeitig erfolgreich. Dann 2009 als junger Kampfrichter im Callroom, wo es halt so unzählige Momente gab, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und dann 2018, wo ich auch in der OK GmbH mitgearbeitet habe für die Sporttechnik oder Wettkampforganisation, wo ich praktisch auch der Veranstaltung so ein bisschen meinen, also in Anführungszeichen, meinen Stempel aufdrücken konnte. Deswegen sind das so diese drei Eckpfeiler. Die Europameisterschaft in Berlin 2018. Genau. Und auf der anderen Seite, was war so dein schwierigster Wettkampf? Wir haben ja schon darüber gesprochen, es muss manchmal auch schnell gehen mit den Entscheidungen. Da wird auch häufig mal viel diskutiert. Also was fällt dir da als erstes so ein? Da gibt es zwei Wettkämpfe. Einer war als dann doch noch relativ junger Kampfrichter und in einer Schiedsrichterfunktion, wo ich mal leider bei Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften den Dreisprung der Jungs so ein bisschen, nicht zerstört habe, aber halt eine Fehlentscheidung mit meinem Team getroffen habe. Warum auch immer, da habe ich damals das Schleifen, was man ja so bei einigen Springern ja kennt, zwischen ein der drei Kontaktpunkte, also beim Hopstep-Jump, habe ich irgendwie als weiteren Bodenkontakt irgendwie anerkannt. Und dann haben wir immer wieder die Sprünge ungültig gegeben. Und das war natürlich, also war ein Riesenfehler und ich wurde dann auch klar von den Trainern irgendwann nochmal darauf angesprochen. Dann mussten wir den Wettkampf unterbrechen. Wir haben den Wettkampf nochmal komplett neu gestartet, was trotzdem halt nicht die Wiedergutmachung war für die Sprünge, die vorher vielleicht gut waren oder zumindest gültig waren, weil die sind auf jeden Fall weg. Und so eine Wettkämpfe gibt es halt leider auch. Und dann ein besonders, ja, ein Anführungszeichen unangenehmes Gefühl war es beim Indoor-East-Dorf. Ich glaube 2014 muss es, glaube ich, gewesen sein, wo ich zwar die Ehre hatte, die Männer zu schießen im Kurzsprint, also bei den 60 Metern, aber dann das Problem hatte, dass von sechs Bahnen am Ende nur noch vier gelaufen sind, weil zwei rausgeschossen werden mussten. Und da war es auch so, dass, ich glaube es war damals Christian Blum, so langsam hochgekommen ist, dass die anderen rausgefallen sind. Es gab aber halt trotzdem diesen Ruhemoment, wo alle noch in der Fertigposition waren und ich dann schießen konnte. Aber sobald halt diese, also gewisse Abläufe halt drin sind, kann man halt nicht sagen, ja, nur weil der und der zu lange waren, ja, kann ich die anderen jetzt nicht bestrafen. Und es war schon sehr unangenehm, wenn man da als Starter steht und alle beobachten einen, auch wenn man die Entscheidung ja als Team trifft und nicht der Starter alleine. Ja, aber dann halt natürlich die Athleten da rausfallen und ich glaube, es war auch noch ein Jahr, wo Julian Reus ganz gute Chancen hatte, das Ding dann in Berlin zu gewinnen. Und es fühlte sich dann so an, als wenn die 10.000, die da in der Mercedes-Benz Arena zuschauen, dann nur sauer auf dich sind. Das war eine sehr harte Probe. Und aus Athletensicht? Aus Athletensicht waren es leider die Deutschen Jugendmeisterschaften 2008 in Berlin. Die waren genau eine Woche nach den Deutschen Männer-Frauen-Meisterschaften, die ja für mich als Staffel-Teilnehmer sehr erfolgreich waren. Und ich weiß nicht, ob man dann im Überschwang der Freude denn in der Woche zu nachlässig geworden ist. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mich riesig darauf gefreut, im Olympiastadion laufen zu dürfen, weil es damals auch der Testlauf für die WM war. Und habe es mir aber anders vorgestellt, in der Heimatstadt seine Deutschen Meisterschaften zu bestreiten. Also im Endeffekt, ich bin da heute nicht so gut gelaufen und die ganze Familie war natürlich da, wo man sich tierisch darauf gefreut hat. Und wenn man dann nicht die Leistung bringt, wie erwünscht, dann war es schon ein ziemlich niederschmetterndes Erlebnis. Ja, aber ich glaube, auch sowas gehört ja auch ein Stück weit leider zum Sport dazu. Ja, definitiv. Also es macht ja auch den Sport aus. Also gerade aus solchen unschönen Niederlagen lernt man dann doch am meisten, weil man dann doch irgendwie eine Einstellung nochmal wieder fürs nächste Jahr oder darauffolgende Jahr verändern will und kann. Und dementsprechend war es eine ziemlich harte Lehre, aber eine, die halt nötig war. Und nochmal rückblickend auf deine Zeit als Athlet im Training, was waren denn so Inhalte, auf die du dich ganz besonders gefreut hast? Boah, es gab eigentlich mehrere, weil das für mich, also es war so ein bisschen auch trainerabhängig. Weil wenn man halt verschiedene Trainer hatte, dann lernt man ja auch so ein bisschen verschiedene Philosophien kennen. Aber ich kann mich halt daran erinnern, bei dem einen Trainer habe ich halt eher so Hürden-Drills ziemlich gerne gemacht, weil mir die einfach total Spaß gemacht haben. Also verschiedene Hürdenaufgaben einfach gestellt zu bekommen mit unterschiedlichen Abständen, unterschiedlichen Rhythmen. Das war genial bei dem. Aber ich fand auch einfach mal Tempoläufe total geil. Also einfach, sich einfach nur auf die Bahn zu stellen und eine Zeit zu treffen. Das war auch, also war, ist zwar nicht jedermanns Sache, gerade würde ich je länger die Strecke dann auch werden. Also 500, da musste ich jetzt nicht jedes Wochenende haben. Aber so, ja, alles was so zwischen 150 und 300 Metern war, da hatte ich dann schon meinen Spaß dran. Und auf der anderen Seite, was waren so Trainingsinhalte, auf die hättest du verzichten können? Ganz ehrlich, Beweglichkeitsgeschichten. Also mit Yoga konnte man mich jagen, das hat mir irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht. Und wenn es halt wirklich nur um reine, so reine Ansteuerungsgeschichten geht, also wo man dann einfach wirklich gefühlt eine Trainingsanheit nur an einer Hürde steht und nur irgendwelche einzelnen Ansteuerungen machen musste. Das war, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und meine letzte Frage ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Gut, eins habe ich ja vorhin, also jüngeren Athleten würde ich auf jeden Fall empfehlen, Kampfrichter zu werden, weil jeder, also jeder Verein ist darüber dankbar, dass er eigene Kampfrichter hat oder auch der Verband dann in dem Fall. Und gerade in der heutigen Zeit wird es halt eh immer schwerer, ehrenamtliche Helfer zu finden. Das ist ganz klar. Aber auch sich vielleicht nicht nur auf eine Sache zu fokussieren, also auch eine Trainerausbildung zu machen und dann halt irgendwo seinen Weg zu finden, was einem am liebsten liegt, gerade wenn man halt selber nicht mehr aktiv ist irgendwann, damit man einfach irgendwo doch dem Sport treu bleiben kann. Und die jüngere Generation wird es einem auch echt danken. Und das ist schon eine sehr wichtige Sache, dass man das, glaube ich, nochmal einem ans Herz legt. Markus, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzielt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.